Dann würde ich sagen, starten wir in die Diskussion und dann übergebe ich das Wort direkt an eine Titel. Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung, die nette Vorstellung, herzlichen Dank für die Einladung. Ich werde jetzt zunächst erstmal was zu der hier skizzierten dritten Frage sagen. Wo scheinen mir ganz persönlich Marx-Konzepte heute noch politisch und wissenschaftlich hilfreich, um aktuelle soziale, politische und ökonomische Entwicklungen zu verstehen, zu kritisieren und zu verändern. Und an welchen Stellen aber auch nicht, an welchen Stellen denke ich, dass andere Ansätze zumindest eine Reduktion werden müssen. Ein Begriff, den ich sehr zentral finde und mit dem ich finde, dass man heute noch sehr, sehr viel anfangen kann, ist der der Komodifizierung. Das ist in gewisser Weise auch so ein Reimport, Marx spricht vom Zurware werden und dann von vielen sozusagen die Debatte um Komodifizierung, um Entwertsetzung. Und ich glaube, es sind mittlerweile, werden immer mehr Felder komodifiziert, immer mehr Dinge, wo sich Marx das vielleicht noch nicht hätte vorstellen können, aber auch wo wir uns vor 10, 20 Jahren noch nicht hätten vorstellen können, wie die zur Ware gemacht werden. Und ich glaube, dieser Satz, den ihr alle kennt, der Reichtum der Gesellschaften, in welche kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Und ich glaube, das geht sozusagen mehr denn je. Ich habe mir das persönlich so ein bisschen angeguckt mit dieser Komodifizierung im Gesundheitsbereich an den Beispielen Argentinien und El Salvador und habe da festgestellt, es ist eben nicht die Vollprivatisierung des Gesundheitswesens, sondern es sind immer mehr Teile, die aus einem öffentlichen Gesundheitswesen, wie auch immer es organisiert ist, herausgelöst werden. Es sind Zusatzleistungen, es ist eine Komodifizierung, die schrittweise erfolgt. Im deutschen System werden es vor allem die Fallpauschalen, die hier an der Logik ganz viel geändert haben. Und ich glaube, dieser Komodifizierungsbegriff und diese Perspektive ist sozusagen eins, ein Konzept, was uns heute viel hilft. Ein zweites, das ich extrem hilfreich finde für verschiedenste Felder, ist das der ursprünglichen Akkumulation. Auch dazu wurde auf dieser Tagung schon an etlichen Stellen was gesagt. Also Komodifizierung und Privatisierung des Bodens, der Umwandlung von verschiedenen Eigentumsrechten, nämlich öffentlichen, staatlichen, kollektiven in exklusive Eigentumsrechte, die Komodifizierung von Arbeitskraft und die Zurückdrängung und Unterdrückung alternativer und auch traditioneller Formen der Produktion und des Konsums. Ich habe im Forschungsprojekt im Moment, analysiere ich in Nicaragua den Vorschlag oder die Idee, die Pläne, einen interozeanischen Kanal zu bauen, in Konkurrenz zum Panama-Kanal. Und genau da sieht man sozusagen eine Dynamik in der fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation oder Landwebbing, wie das in der gegenwärtigen Debatte auch im Anschluss an Marx diskutiert wird, wo Land enteignet wird. Also kollektive, indigene Landnutzungspraktiken werden massiv zurückgedrängt. Und von den Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die sich in den letzten Jahrzehnten dort angesiedelt haben, die müssen ihr Land verlassen, ca. 90% von denen ohne Entschädigung. Wenn man nämlich dann mal genauer guckt, wer kriegt eine Entschädigung, für wen gilt Rechtssicherheit, dann sind das eben nur die, die formale Eigentumstitel haben. Und diese Eigentumsfrage sozusagen wird wieder ganz zentral. Das sind, ich würde sagen, Wellen. Also es gibt nicht die eine ursprüngliche Akkumulation, sondern Wellen. Wenn man sich das in historischer Perspektive anguckt, ist es immer wieder von Neuem, dass es dann Zurückdrängung von Alternativen auch gibt. Wenn man dann allerdings etwas genauer hingeguckt, sowohl für wen gelten Rechtssicherheit, aber auch sozialstrukturell, wer hat Landrechte und wer hat keine, wird man relativ schnell damit konfrontiert mit der Kolonialität, die sich da immer noch fortschreibt. Es gibt koloniale Legate, es gibt Kolonialverhältnisse, die sich eingeschrieben haben, da rein und so wie die Landverteilung ist. Es gibt sozusagen, bis heute spielt es eine Rolle, ob das mal dem spanischen oder dem britischen Kolonialismus und wie die Kämpfe dazwischen verlaufen sind, wer welche Rechte in diesen Gesellschaften hat. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall über Marx hinausgehen, weil das, was Marx zu Kolonialismus und Rassismus geschrieben hat, da gibt es einzelne Versatzstücke, die sind ganz interessant. Es gibt aber auch andere, die sind meiner Meinung nach rassistisch und sind so abzulehnen. Und wenn wir das heute unterrichten, daraufhin hat Enkani gestern hingewiesen, dann ist es auf jeden Fall notwendig, das zu ergänzen, das kritisch zu diskutieren und mit Problematisierungen in der marxistischen Tradition sozusagen da auch die Inländern des globalen Südens, zum Beispiel in der Karibik, zum Beispiel in Lateinamerika, wo ich mich besser auskenne, produziert werden, das auch zu diskutieren. Und ein letztes, was ich auch noch erwähnen will, was mir auffällt, wenn ich sozusagen auf Landrechte, auf Landnutzungsrechte gucke, nicht mal 20 Prozent der Landtitel, die es gibt, werden von Frauen gehalten. Auch das sollte einem auffallen, wenn man sich mit Sozialstruktur und globaler Ungleichheit beschäftigt. Auch das ist etwas, was sozusagen man vielleicht besser mit feministischen Ansätzen in den Griff bekommt, als mit klassischen Marxen stellen. Warum ich aber Marx immer noch total hilfreich finde, Alex hat es heute sozusagen den Blick auf die Totalität genannt, und ich würde sagen politische Ökonomie und die Kritik daran sozusagen, so eine Vorstellung, dass der Mensch, dass man nicht vom Individuum ausgeht, sondern von Gesellschaft, von gesellschaftlichen Strukturen, die menschengemacht sind und von Menschen verändert werden können und verändert werden. Den Mensch als Zoon-Politikum statt Provinzionalen, das schützt einen davor, in bestimmte Fallen zu tappen. Und ich merke das am deutlichsten immer wieder in politischen Auseinandersetzungen, wenn wir sozusagen von Marktmechanismen und was der Markt wieder macht und wie der Markt wieder handelt und die unsichtbaren Hand des Marktes, ich glaube, da schützt sozusagen ein marxistisches Grundverständnis vor so einem Schnellschuss, dass der Markt an sich irgendwas herstellt. Sondern Märkte als solche sind immer politisch hergestellt, werden immer politisch abgesichert. Was auch spannend ist im Marx'schen Werk, es gibt da diese viele Stellen, dass Produktion immer Aneignung und Transformation von Natur ist. So, und es gibt eine spannende Debatte im Ökomarxismus und auch in der politischen Ökologie, ob nicht vielleicht nicht nur Arbeit, sondern auch Natur wertbildend, wertschöpfend ist. Ich glaube, auch im Ökomarxismus gibt es viele spannende Debatten. Auch hier würde ich sagen, allerdings gibt es auch Problemstellungen, die wir mit Marx nicht hinreichend denken können. Wenn wir uns zum Beispiel das ganze Feld planetarischer Grenzen anschauen, Klimawandel. Natürlich konnte Marx es in seiner Zeit nicht erkennen, dass die industrielle Revolution und ihr Naturverbrauch langfristig so nicht tragfähig ist. Das hat auch sonst keiner in dieser Zeit erkennen können. Trotzdem ist es heute definitiv so, dass wir sehen, es gibt sozusagen Senken, die kommen als Limit. Da geht es um Biodiversitätsverlust, Versauerung der Meere, Landnutzungsänderung, Süßwassernutzung, Verschmutzung durch Chemikalien. Und ich finde, dass das uns nochmal in anderer Weise herausfordert, auch unsere eigenen Konzepte, traditionellen Formen der Umverteilung von Wachstum, von Fortschritt nochmal in Frage zu stellen und zu überlegen, Was heißt das unter diesen neuen Voraussetzungen? Auch da, glaube ich, muss man auf jeden Fall über Marx hinausdrücken, denn es ist ziemlich offensichtlich, der globale ökologische Fußabdruck des globalen Mordes ist zu groß. So, als letztes hätte ich sozusagen ein Plädoyer. Unser Panel heißt Nach uns die Zukunft. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum ist das eigentlich so? Sind wir, die wir hier sitzen, sozusagen nicht mehr Teil des Wir, sondern irgendwie eine nachkommende Generation? Unabhängig davon, ob das so ist, würde ich gerne drei Wünsche formulieren für das, was wir anders machen können und der Marx-Rezeption. Der erste ist, ich würde sagen, der Hauptfeind ist nicht der oder die mit einer anderen Marx-Interpretation. Also hören wir auf, einander scharf zu bekämpfen, wenn ich, ich habe kürzlich mal wieder so Auseinandersetzungen über Dependenztheorien in den 70er Jahren gelesen und wie da zum Teil auch Leute eingedroschen wurde, dass sie Marx nicht verstanden hätten. Ich finde, das ist nicht produktiv, das ist nicht hilfreich. Man kann natürlich um Konzepte ringen, aber ich würde sagen, es geht mehr darum, zu überlegen, inwiefern wir mit diesen Konzepten Realität verstehen können, als zu sagen, wie hat Marx das gemeint, weil das ist in vielen Stellen einfach sowieso nicht zu klären. Zweitens, das gilt auch politisch, niemand von uns hat den erfolgsversprechenden einzigen Ansatz erfunden, wie gesellschaftliche Kräfteverhältnisse nach links verschieben. Wenn wir den hätten, dann wären wir nicht so in der Definitive, wie wir sind. Auch da, glaube ich, sollten wir lernen, eine andere Akzeptanz, als es vielleicht in den 70er, 80er Jahren und in den Kämpfen, die zwischen Marburg und Frankfurt hier skizziert worden sind, einzuschlagen und Synergien, Bündnisse und auch eine gewisse Unterschiedlichkeit von Strategien stark zu machen. Und der letzte Punkt, der ist mir total wichtig, wir sollten vielmehr nicht westlichen Marxismus lesen. Da gibt es so reichhaltige Debatten. Es ist heute viel leichter, als es in den 70er, 80er Jahren waren, an diese Texte zu kommen. Die sind mittlerweile zugänglich, ganz viele online. Und ich glaube, die können uns sehr viel sagen, sowohl zu der Frage zur Verschränkung von Race, Class, Gender, wo ich sagen würde, da sind wir noch nicht so weit, zumindest wenn ich mir das gestere Gepennel dazu angucke, hat es viele Fragen offen gelassen. Da glaube ich, gibt es weit Besseres. Zum Zweiten aber, und das ist mein letzter Punkt auch, was das Zusammenspiel oder die Einfluss des Weltmarktes auf bestimmte Regionen hat, sozusagen. Auch da, was sind so Verflechtungen, was sind Wirkungen? Da gibt es im nicht westlichen Marxismus so viele intelligente Konzepte und da sollten wir nicht immer auch das Konzept der asiatischen Produktionsweise zurückbreiten, das wirklich ein höchst problematisches ist. Dankeschön. Vielen Dank für das Video. Dann gehen wir direkt weiter, auch wenn es jetzt bestimmt viele Fragen gibt, vielleicht rotieren und dann für die gemeinsame Diskussion auch gehen. Ja, hallo. Wir haben uns als Linke SDS sehr über die Frage gefreut, was ist denn nach uns die Zukunft, was soll da eigentlich passieren? Und haben uns dann gleich in unserer Semesterstartzeitung auch die Frage gestellt, was ist denn mit der Zukunft, Zukunft in Sicht, mit Marx? Und haben uns eben überlegt, wie können wir Marx'sche Kategorien wieder nutzbar machen für uns heute? Und ein Aspekt, den wir herausgegriffen haben, war eben das Denken von einem Gegenentwurf, dass man durch die Kritik quasi auch dazu kommt, zu merken, wie könnte es eigentlich besser sein? Wir haben uns auch Debatten angeguckt, die vor 50 Jahren ungefähr der SDS, der historische SDS geführt hat. Da hat zum Beispiel Bloch mit Dutschke gesprochen und Bloch war ganz verwundert über die studentische Bewegung und hat gesagt, irgendwie, ja, warum habt ihr denn irgendwie nicht eine konkrete Plastik, eine konkrete Utopie, wofür ihr kämpft? Das ist doch komisch, ihr messt doch das, was jetzt ist und sagt, das ist negativ, aber an irgendwas müsst ihr das doch messen. Also wo wollt ihr denn überhaupt hin? Und Bloch hat dann Dutschke noch mitgegeben nach Marx, der Gedanke kann nur dann zur Wirklichkeit dringen, wenn die Wirklichkeit zum Gedanken drängt. Und daran versuchen wir uns als SDS so ein bisschen zu orientieren und versuchen halt in die Lebensrealität der Studierenden einzugreifen, quasi das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man in die Gesellschaft involviert ist, dass man Teil davon ist und man sie damit auch verändern kann. Genau, und so anhand dieser Frage, weil wir eben Menschen organisieren und nutzen dabei eben auch Marx immer noch. Für uns zum Beispiel in der Debatte ist gerade Digitalisierung. Man fragt sich dann, okay, mit Marx würde man jetzt sagen, es gibt immer weniger Arbeit, es gibt immer weniger Arbeiter, die gebraucht werden, es gibt weniger Arbeitszeit, die verwendet werden muss, um trotzdem die gleiche oder sogar noch mehr Produktivität zu erreichen. Warum wird das denn irgendwie, dieser Reichtum nicht anders verteilt? Oder wie wird er denn überhaupt verteilt? Kann man sich ja dann mit Marx fragen und dann kommt man auch mit Marx dazu zu sagen, okay, es gibt zwar mehr Profite, aber die gehen nur an wenige. Und warum ist es denn jetzt nicht so, dass wir etwas anderes machen? Sowas wie radikale Arbeitszeitverkürzung. Oder warum muss denn dieser Fortschritt, den wir jetzt erreichen, unbedingt in mehr Überwachung oder mehr an Drohnenkrieg gehen? Genau, das sind so die grundsätzlichen Fragen der Zukunft, die wir uns gestellt haben. Ich möchte jetzt noch mal erst mal was zur Ausgangslage von Studierenden sagen. Die meisten von euch wissen das, weil sie gerade selber studieren oder noch nicht langer Zeit studiert haben oder vor doch längerer Zeit, aber dann können sie auch sehen, wie es sich verändert hat. Genau, wir leben in Zeiten des Bologna-Systems, Bachelor-Master, es wird immer mehr Leistungen in weniger Zeit abgefragt. Der Studiengang ist mehr verschult, es geht nur noch um auswendig lernen und nicht ein kritisches Hinterfragen. Es ist ein Lehramt gegeneinander, ich habe von Fällen gehört, wo in der URA-Bibliothek irgendwie Bücher versteckt werden, dass die Kommilitonen vielleicht reinsuchen können und man sich so irgendwie Wettbewerbsvorteil schafft. Genau, und eigentlich müssen ja die Universitäten, Gutstätten neuer Ideen sein und dass wir dort gemeinsam irgendwie die gesellschaftlichen Probleme, die anliegen für uns und im Nutzen eben aller, ja genau, verwenden. Und wir als SDS haben uns da zum Beispiel vorgenommen, an den Hochschulen Ersatzveranstaltungen zu machen, also da überall, wo es keine kritische Wissenschaft gibt. Wollen wir eben Lesekreise, Veranstaltungen machen, die halt marxistisches Denken, ja, wieder populär machen, den Leuten das näher bringen, aber wir sagen, dabei kann es nicht bleiben, sie können ja nicht für die Universität einfach diese kritische Lehre machen und das anbieten, sondern wir müssen auch dafür kämpfen, dass die kritische Lehre zurück an die Universität kommt. Auch so ein bisschen im Anschluss an die Kämpfe, die halt auch die Studierendenbewegung zum Beispiel in Marburg geführt hat, wo sie Frank Deppe auf eine Professur gekriegt hat, wo sie dafür gesorgt haben, dass wieder ein kritischer Kopf dort eben lehren kann. Genau, des Weiteren zur Ausgangslage, die Studierenden haben eine andere Zusammensetzung, als es vielleicht noch 68, vor 50 Jahren war. Die Studierenden sind weiblicher geworden, aber auch migrantischer und die Hälfte eines Jahrgangs oder sogar mehr als die Hälfte eines Jahrgangs mittlerweile studieren. Das heißt, die Hälfte gehen durch dieses System Hochschule durch, was auf der einen Seite natürlich sehr, sehr gut ist, auf der anderen Seite aber auch die Unis gar nicht dafür ausgelegt sind, durch die Hochschulen, weil eben nicht genügend Plätze geschaffen werden. Genau, da ist immer unser Credo als SDS niemals zu fordern, mehr NCs oder Stopp, dass die Studierenden an die Hochschule kommen, sondern wir brauchen eben mehr Raum. Im Zuge dessen haben wir uns auch viel über neue Klassenpolitik unterhalten und überlegt, okay, wer sind denn überhaupt heute Studierende, Studierende, sind sie Teil der Arbeiterklasse oder sind sie es nicht? Wir haben uns aber auch überlegt, wer ist denn überhaupt die Arbeiterklasse, also wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Da habt ihr gestern auch schon viel zu geredet. Also in der Arbeiterklasse würden wir sagen, die vermehrt freiblich und migrantisch ist, ist es wichtig, eben auch Stress zu unterstützen in Krankenhäusern, in Kitas, auch wenn die im eigentlichen Sinne nicht mehr wertschätzt sind und eigentlich dann ja vielleicht aus der Arbeiterklasse rausfallen würden. Wir würden aber sagen, dass sie genauso systemrelevante Kämpfe sind, weil sie das kapitalistische System als solches trotzdem in Frage stellen, im Reproduktionsbereich, ohne den der Produktionsbereich ja auch nicht funktionieren würde. Genau, was sind so konkrete Kämpfe, die wir gerade führen? Sicher haben es einige von euch mitbekommen, in Berlin gibt es gerade Auseinandersetzungen um den Tarif der studentischen Hilfskräfte, TV-Stutt genannt, da kämpfen die Studierenden gerade, 8000 sind das in Berlin, an studentischen Hilfskräften für höherem Lohn, für mehr Urlaub und für mehr Lohnvorzahlung im Krankheitsfall. Das unterstützen wir als linke SDS, weil wir finden, dass die dort ihre eigenen Interessen vertreten, wie eben die Arbeiterklasse nur eben an der Uni, sich dort organisieren. Genau, und in diesem Sinne sind wir gerade auch mit einer Delegation bei den Streiks der Studierenden in Frankreich gewesen. Das habt ihr sicher auch alle mitbekommen. Da ist ja ganz viel los. Rassinnig viele Universitäten, Hochschulen wurden besetzt. Die Studierenden richten sich gegen die Reform von Macron, der das Hochschulsystem mehr selektiv machen will. Also es soll mehr nach Noten geschaut werden, es soll mehr danach geschaut werden, was haben die eigentlich für Motivation. Und die Unis können sich quasi die Studierenden aussuchen. Die Studierenden in Frankreich, wie wir, kritisieren daran natürlich, dass Kinder aus Arbeiterinnenfamilien oder aus sozial schwachen Familien ebenso viel weniger Zugang an die Uni bekommen. Und das war der Zeit so ein bisschen, wo wir jetzt doch fast alle an die Uni können, zurückgedreht wird. Was noch fasziniert ist an dem Streik, die Lokführerinnen haben sich auch mit den Studierenden solidarisiert. Die kämpfen zusammen. Die haben gerade den Kampf gegen Privatisierung und haben eben gesagt, wir kämpfen zusammen dagegen, dass uns unser soziales System weggenommen wird. Dass Hochschule, Bahnen und so weiter eben wie Unternehmen behandelt werden und haben daraus einen gemeinsamen Kampf gemacht. Genau. Und dann, was wir noch machen, gegen rechtsaktiv sein. Vielleicht haben es auch einige von euch mitbekommen. In einem Jura-Fachbereich an der Uni Leipzig gab es den Professor Rauscher, der mega logistische Sachen getweetet hat, der in lieber rechtsextremen Demos gesagt hat, dass er das sehr begrüßt. Der gesagt hat, Menschen aus Afrika nehmen uns das weg, was wir mit Fleiß aufgebaut haben und lauter solche furchtbaren Sachen. Wir haben dann als SDS quasi seine Vorlesung gestürmt, haben dafür gesorgt, dass er da nicht mehr weiterreden kann und haben nochmal die Frage aufgeworfen, okay, wer lehrt denn überhaupt an der Uni, was bringen wir da beigebracht. Genau. Und gehen aber auch darüber hinaus und sagen, dass es nicht nur ein Problem von einzelnen rassistischen Probs vielleicht ist, sondern dass es ja auch Struktur hat, wenn man sich beispielsweise auch die Studiengebühren für EU-Ausländer anschaut. Genau. Noch kurz ein letzter Satz, weil ich glaube ich aufhören muss. Genau. Was uns wichtig ist, ist nochmal zu sagen, also Marx hat irgendwie keinen Masterplan für uns bereit gehalten. Wenn man mit Kapital oder so guckt, es steht nicht so viel da, wie die zukünftige Gesellschaft aussehen soll. Aber er hat uns auf jeden Fall Analysekategorien hinterlassen, mit denen wir arbeiten können. Und wir denken auch mal eben in der Zeit, wo eben die Bedürfnisse quasi zu und die Wirklichkeit zu einem anderen Gedanken trennt und dass es quasi notwendig ist, da jetzt auch was zu verändern. Ja, hallo auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich spreche jetzt aus der Perspektive eines Menschen, der in Wien Politikwissenschaft studiert hat und da das Glück hatte, bei Uli Brandt, bei Birgit Sauer, bei Alex und anderen sozusagen kritische Theorie, marxistische Theorie, Politikwissenschaft, Staatstheorie lernen und diskutieren zu dürfen und dann nach Frankfurt zu kommen und hier in einem Institut für Humangeografie zu arbeiten, wo ich sagen würde, das ist unter den Bedingungen der neoliberalisierten Hochschule sozusagen das Beste, was man gerade kriegen kann. Und diese doppelte Erfahrung lässt mich so ein bisschen, manchmal ein bisschen, es ging mir in Wien schon so, und es geht mir mittlerweile auch so, oder es geht mir stärker so, und auch ging mir jetzt auch bei der Tagung so, so ein bisschen manchmal diese sehr negative Sichtweise auf die Spielräume und auf die Möglichkeiten marxistischer Theorie, kritischer Theorie im weiteren Sinne, da habe ich manchmal ein bisschen anderen Blick drauf, der nicht ganz so negativ geträgt ist. Und ich glaube, das teile ich mit anderen Leuten, die an aktuellen Standorten in Kassel, in der Frage der kritischen Migrations- und Grenzregimeforschung, in Jena und so weiter, glaube ich, sozusagen eher so Standorte sind, wo das gerade stattfindet und wo man, glaube ich, einiges auch übertragen kann von dem, was ich jetzt sage. Und ich will das jetzt mal ausgeben von dem, was ich gerade mache, also im Bereich der kritischen Geografie Stadtforschung sagen, sehr stark in Frankfurt, entlang von zwei Linien machen, nämlich zum einen würde ich sagen, dann sind wir hier in der Situation, dass wir auf der Ebene von Wissenschaft im engeren Sinn eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Es gibt sozusagen sehr lebendige, direkte Anschlüsse an Marx. Der Name David Harvey ist gestern schon gefallen im Raumpanel, aber auch viele andere, die da aus dem angamerikanischen Raum kommen, vor allem Theorien entwickelt haben, die sehr direkt an das Marx'sche Werk anknüpfen und von dort aus aber sehr viel weitergehende Theorien, Begriffe, Konzepte entwickeln. Ich glaube, mit den Begriffen arbeiten wir in der kritischen Geografie, in der kritischen Stadtforschung. Das ist ein relativ interdisziplinäres Unterfangen und da drin ist es gelungen, zumindest an gewissen Standorten und in gewissen Teilen auch innerhalb der Disziplin, Kräfteverhältnisse nach links zu verschieben. In kleinem Maße und alles sehr prekär, aber doch. Ich würde sagen, es gibt auch die Erfahrung, dass da ein großes Interesse herrscht, sozusagen bei jungen Studierenden, sich diese Sachen anzueignen. Also was ich immer erzähle, sozusagen, die Leute kommen nach Frankfurt, wollen irgendwie Politik und Soziologie studieren, merken dann, ups, Horkhammer Adorno, das unterrichtet dann niemand mehr, und dann landen sie nebenfach bei uns und machen dann irgendwie da so ein bisschen Marx und Tült Butler und was noch alles. Also sozusagen, das ist so ein bisschen in Wissenschaft im engeren Sinne und dann würde ich sagen, was wir auch erleben, ist, dass es in der Rolle sozusagen als öffentliche Intellektuelle, als organische Intellektuelle, in der Zusammenarbeit mit Bewegungen, mit linken Organisationen, mit der Partei, in der Intervention, in öffentliche Diskurse eigentlich ganz gut läuft. Also der Begriff Gentrifizierung ist ein marxistisch geprägter Begriff, der mittlerweile aus keinem Fültor mehr wegzudenken ist. Also sozusagen, André Hollmann als Figur, den kennen sicher viele, hier in Frankfurt, Sebastian Schipper, ich selbst, andere, sind sozusagen, wir kriegen viele Anfragen, die F.A.Z. freut sich total, dass wir irgendwie Interviews geben, wir können da ganz offen sagen, an denen wir anschließen, dass wir kritisch uns selbst verstehen, dass wir über Kapitalismus sprechen wollen. Die sind eher happy, wenn sie da irgendwie Input kriegen und wir könnten manchmal so ein bisschen eigentlich eher so eine Öffentlichkeitsabteilung brauchen, weil die Anfragen irgendwie nicht immer zusammenpassen mit dem, was wir so wissenschaftlich treiben wollen. Also ich glaube, das klappt ja eigentlich ganz gut, auch in der Verständigung zwischen, also so die Mosaiklinke, zwischen akademischem Betrieb, die Bewegungen, Strategiedebatten, aktivistische, activist research, solche Dinge, laufen da, glaube ich, ganz gut. Dafür gibt es natürlich eine Reihe von Erklärungen, das müsste man sich im Einzelnen nochmal genauer angucken. Ich würde sagen, es hat viel mit der Eigenlogik des Feldes zu tun, in dem Fall der Geografie zum Beispiel, wo sozusagen die Modernisierung als eher ein linkes Projekt, ein marxistisches Projekt, ganz stark auf den amerikanischen Raum kam. Und diese Spurenelemente davon ein bisschen deutschsprachigen Raum ausstrahlen und da sozusagen ist immer noch was anderes als in der Politikwissenschaft zum Beispiel. Es hat mit Zufällen zu tun, es hat mit mühsamer und sehr intensiver strategischer Arbeit von einzelnen Leuten zu tun, dass diese Kräfteverhältnisse sich verschieben, dass es da gelungen ist, kleine Bastionen aufzubauen. Ich glaube, es hat aber auch damit zu tun, dass sozusagen in der Geografie, würde ich jetzt mal sagen, teilweise auch ein anderer Marxismus stattfindet, einer der pragmatischer ist, der das Verhältnis von Theorie und Empirie stärker auf die Seite der Empirie verschiebt, der an konkreten Gegenständen, an konkreten Auseinandersetzungen dran ist und nicht versucht, nur sozusagen groß zu denken und auch in der Beschäftigung der Themen ein bisschen andere Setzungen vornimmt. Ich glaube, das könnte man jetzt mal sozusagen im einzelnen Ausbruch statieren, da habe ich jetzt nicht die Zeit, aber ich glaube, es muss uns schon was sagen und wie gesagt, ich glaube, das lässt sich ein Stück weit auch übertragen auf die Frage von Beschäftigung mit Migration, mit Grenzregimen, mit ökologischen Verhältnissen usw., dass da der Marxismus, der da gerade aktiv an den Unis gearbeitet wird, dass der sich so ein bisschen unterscheidet von dem, was in den letzten Jahrzehnten dann auch passiert ist und da hast du ja auch schon sozusagen einige Punkte gemacht, die ich unterschreiben würde, in der Art und Weise, wie wir heute Marxistisch denken sollten und wie vielleicht nicht mehr. Und das aufgreifend würde ich nochmal ein paar Spannungsverhältnisse, weil ich habe jetzt das Bild gezeigt und es hört sich jetzt sehr rosig an und das ist es natürlich nicht, wie gesagt, es ist auch prekär und da drin gibt es auch Widersprüche und Spannungen und davon würde ich jetzt gerne ein paar nochmal aufmachen, weil sie auch, glaube ich, interessant sind, nicht nur für die Geografie und Stadtforschung. Das Thema der neoliberalen Uni wurde schon mehrfach genannt, auch wir leiden natürlich unter diesem Druck, viel zu publizieren, tausendmal irgendwie neue Begriffe prägen zu müssen, die dann eigentlich vielleicht gar nicht so spannend sind, aber sich halt gut verkaufen lassen. Die Arbeitsverhältnisse, all das kann man aufzählen und kann man auch immer betrauern. Ich finde aber aus der Perspektive sozusagen einer Tagung, die sich letztlich an einen revolutionären Denker orientiert und eben nicht nur kritische Wissenschaft machen will, würde ich sagen, am Beispiel des Verhältnisses von Wissenschaft und politischer Intervention, finde ich, müssten wir konkret dann nochmal gucken, was da drin eigentlich die Probleme gerade sind und da würde ich jetzt eigentlich einen Punkt mal rausgreifen, sozusagen die Art und Weise, wie Leute heute, JugendwissenschaftlerInnen, durch die Republik chatten, letztlich die ganze ICE sitzen und nicht nur die Jungen, das steht, finde ich, diametral entgegen, dem Vertrauen und der Verbindlichkeit und der Kollektivität politischer Organisierungsprozesse. Das war wahrscheinlich immer ein bisschen so, aber das hat sich auf eine Art, würde ich sagen, verschärft, Leute, die zwei Tage in irgendeiner Stadt sind und dann wieder nach Berlin oder Frankfurt zurück pendeln, die sind nicht da vor Ort organisch-intellektuelle, das könnte gar nicht sein. Die können mal einen Vortrag halten, aber die können weder zu den Gewerkschaften noch zu den stadtbüchischen Initiativen noch zur Partei oder zu irgendjemandem ein wirklich vertrauensvolles, gemeinsames Projekt, sowas kann sich da kaum herstellen. Ich glaube, daran müssten wir eigentlich sprechen, weil ich glaube, dass das halt der letztlich zentrale Punkt ist und würde ich sagen, eben auch das unterscheidet, wo ich sagen würde, in der Tradition von Marx, die wirkliche Bewegung wurde ja jetzt schon mehrmals aufgerufen, wo es letztlich halt eben nicht darum geht, einfach nur eine Erkenntnis zu produzieren, sondern halt irgendwie die Verhältnisse sehr grundlegend zu ändern. Und dazu vielleicht nochmal einen Punkt, das wurde auch mehrfach schon angesprochen, aber ich finde, man müsste das nochmal deutlicher machen. Ich finde, was man gerade am Erfolg der Rechten sieht, am Erfolg der AfD und so weiter, die machen halt rechte Hegemonie-Politik und zwar nicht, weil sie die besseren Erkenntnisse haben, sondern weil sie halt die bessere Strategie haben. Und plattformuliert sozusagen, während wir hier von der Rosa-Luxemburg-Stiftung finanziert über Marx 200 sprechen, diskutiert die AfD, wie sie den Rumpfengrad unterwandern kann. Also das sind sozusagen Formen von Praxen, die auch mit Wissen zu tun haben, die mit Hegemonie-Politik zu tun haben, die uns aber vor konkrete Herausforderungen stellen. Im Herbst sind wir Landtagswahlen, dann sitzt die AfD mit x Leuten im Landtag und was sie damit machen werden, ist, sie werden systematisch recherchieren, wer von uns an den Universitäten, in den Forschungseinrichtungen, in den NGOs sitzt und eine Antifa-Vergangenheit hat oder Gegenwart. Also diese Prozesse laufen und ich glaube, das stellt viele auch subjektive Fragen an uns und da würde ich jetzt vor allem die jüngeren Generationen in die Pflicht nehmen, ich glaube, sozusagen einfach nur kritische Wissenschaft zu machen und da drin sich auch ein bisschen einzurichten, das wird, war nie besonders geschickt, finde ich, aber wird in der sich verschärftenden Polarisierung gesellschaftlich auch immer weniger funktionieren. Sondern ich glaube, es stellt sich sehr viel stärker als früher die Frage der subjektiven Entscheidung und damit auch verbunden der Risiken und Folgen, die er damit verbunden hat, sich explizit zu machen, offen aufzustehen, Dinge anzusprechen und im Zweifelsfall das auch zu tun, wenn es die eigene Karriere vielleicht beendet oder behindert. Und ich glaube, da drinnen wäre es die Aufgabe in der linken Bewegung, diese Leute zu stärken und im Zweifelsfall auch aufzufangen beziehungsweise einen gemeinsamen Prozess zu organisieren, in dem das möglich ist, in dem die Leute nicht aus Angst um die eigene Karriere sozusagen dann lieber mal irgendwas nicht sagen oder lieber mal einmal zurückstecken. Weil das ist eine Praxis, die wir auch sehr oft sehen und die sozusagen, finde ich, mit dem revolutionären Wissensprozess, den Marx und andere vor Augen hatten, nicht so viel zu tun hat. Dankeschön. Schönen Tag, ich komme über die Einleitung. Gespannt zugehört, was meine Vorrednerinnen gesagt haben. Ich habe einen sehr stark strategischer Einflugschneider auf die Fragestellung gewählt und möchte in gewisser Weise an Dinge antworten, wie Alex heute Morgen, aber auch Felix schon gesagt hat. Wir wurden darum gebeten, uns zu positionieren, ob Marx eine Relevanz für heutige Bewegung, heutige Forschung und so weiter hat. Ich kann das leider nicht ausführen, aber vielleicht als eine eingangsmäßige Positionierung. Aus meiner Perspektive ist es ganz klar, dass aus einer herrschaftskritischen Perspektive die Beschäftigung Marx und an ihn anschließenden, auf ihn aufbauenden Arbeiten ganz unverzichtbar sind. Aber wir wissen aus den Diskussionen um Postkolonialismus, Gender, Antirassismus und so weiter, dass es ganz sicher nicht die einzige Zugriffsbezugspunkt sein kann. Allerdings, und das ist meine Beobachtung als Lehrerin an der Universität oder für Kapitalkurse bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, beobachte ich einen veränderten Kontext, in dem sich junge Leute heute mit Marx und an ihnen anschließende Theorien beschäftigen. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Das eine ist das, was viel beklagt und auch hier schon viel genannt wurde, das ist quasi das Zurückdrängen kritischer Inhalte an den Universitäten. Neoliberalisierung der Hochschule wurde schon genannt. Hierzu gibt es natürlich Gegentrends. Kassel wurde schon genannt. Allerdings müssen wir uns, glaube ich, auf der Zunge zergehen lassen, was dieses Verdrängen für heutige Generation bedeutet. Wir haben ganze Generationen von Studierenden in den letzten Jahren, die im Gro der Republik Abschlüsse machen, ohne ein einziges Mal einen herrschaftskritischen Text in den Hand zu bekommen. Was bedeutet das für politische Bewegung? Was bedeutet das für das Erhalten unseres marxistischen Projektes? Auf der anderen Seite, und das ist quasi für mich eine positive Nachricht, sehen wir seit Längerem so etwas wie einen Generationenwechsel in der Beschäftigung mit Marx. Es wächst eine neue Generation kritisch denkender Menschen heran, die Marx seinen Perspektiven und an ihn anschließenden Arbeiten sehr aufgeschlossen gegenüberstellen. Diese Abgrenzungsbewegung, die wir in den 80ern und frühen 90er Jahren gesehen haben, ist meinem Gefühl nach zu einem gewissen Ende gekommen. Das ist einerseits der zeitliche Abstand zum Zusammenbruch der Sowjetunion, auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, politische Erfolge der globalisierungskritischen Bewegung, die ganz klar kapitalismuskritische Inhalte verankert haben im Diskurs unter jungen Leuten. Was produziert diese Situation? Wir haben so ein Auseinanderfallen von einem sehr wachsenden Bedarf, einem wachsenden Bedürfnis junger Leute, sich mit Marx und kritischen Inhalten zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite haben wir ein wahnsinniges Zusammenschrumpfen an Möglichkeiten, an Orten, dies zu tun. Sich ganz grundsätzlich wichtige Inhalte anzueignen, darüber zu diskutieren und zu sehen, was das akademisch, aber auch unmittelbar politisch bedeutet. Um das zu verdeutlichen, ich unterrichte Kapitalkurse bei der Rosa Luxemburg Stiftung in Berlin. Wir haben dort Plätze für ca. 100 Reute im Jahr, um den ersten Band des Kapitals zu lesen. Wir haben bei 300 Anmeldungen aufgehört zu zählen. Wir haben in Kassel gerade vier parallel laufende Seminare, die einführen in Marx Kritik der politischen Ökonomie. Jedes Einzelne dieser Seminare ist gnadenlos überfüllt. Wir sehen das bei den wachsenden und unerwarteten Anmeldungszahlen für Konferenzen, wie dieser oder auch der in Berlin stattfindenden Tagung. Langfristig wird dieses Auseinanderfallen von Angebot und Nachfrage sozusagen ganz einsteigende Konsequenzen für politische Bewegung und wissenschaftliche Beschäftigung mit Marx haben. Und da müssen wir dran arbeiten. Und ich habe zwei Aspekte ausgewählt, die mir sehr wichtig scheinen, wie wir damit in Zukunft umgehen müssen. Was tun also? Ich denke, die erste Aufgabe ist, Orte und Zusammenhänge zu schaffen, in der eine systematische Auseinandersetzung mit Marx und an den anschließenden Arbeiten, Theorien, Ansätzen, Perspektiven möglich ist. Das bedeutet einerseits natürlich das Bewahren, Verteidigen und Weiterausbauen einer Beschäftigung mit Marx an Universitäten und Hochschulen. Und das können nicht nur klassische Formen von Lehre wie Seminaren sein, sondern ich denke, wir brauchen hier ein viel breiter aufgestelltes Feld, Arbeitskreise, Kolloquien und so weiter, selbstorganisierter, Bettina hatte das angesprochen, Zusammenhänge, damit wir eine umfassende, kontinuierliche, systematische Auseinandersetzung mit diesen Inhalten weiter ermöglichen und hier organische, intellektuelle und zukünftige Generationen ausbilden können, sich damit zu beschäftigen. Dort, wo uns das nicht gelingt, in Städten, wo wir wenig vereinfacht und repräsentiert sind, denke ich, ist es in unserer Verantwortung, niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten für Leute zu schaffen, die sich dafür interessieren. Es hat in den letzten Jahren die einführende Literatur für Kapitallektüre massiv zugenommen, das ist sehr schön, aber wir sehen, dass es jenseits dieser Einflugschneise ganz wenig einführende Literatur gibt, sich damit selbstständig zu beschäftigen. Wenn wir auf Ansätze schauen, die sich im Anschluss an Marx mit Themenfeldern wie Gender oder Rassismus, Postpolarianismus und so weiter beschäftigen, sieht es sehr dünn aus. Es macht natürlich Spaß, elaborierte Debatten weiterzuführen und so weiter und sich in seinen theoretischen Steckenferben zu vertiefen, aber ich denke, dass es strategisch wichtig ist, niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten für nachfolgende Generationen zu schaffen. Zweitens müssen wir daran arbeiten, wie diese Räume, in denen wir uns herrschaftskritische Ansätze aneignen, aufgestellt sind. Nach wie vor sind das hierarchisierte, häufig geschlechtlich und rassistisch kodierte Arbeitszeitungen innerhalb der herrschaftskritischen Theorieproduktion, aber auch auf dem Feld des politischen Aktivismus. Ich denke, wir müssen dem ganz bewusst entgegenarbeiten und ein interessanter Satz, der in einer Lohnauseinandersetzung viel ist, wir müssen den Marxismus auf sich selbst anwenden. Wir arbeiten daran seit Jahren, wir sehen, dass es schrittweise besser wird, aber da ist viel zu tun. Der zweite Aspekt, den ich für sehr relevant halte, bezieht sich auf eine veränderte Diskussion oder Organisation inhaltlicher Diskussion. Ich habe das mal genannt, raus aus dem dreifachen Paralleluniversum. Das erste Paralleluniversum, was ich sehe, ist, wir sind innerhalb der Universitäten marginalisiert und ziehen uns häufig in unsere gemütlichen Nischen zurück. Ich würde da gerne an Janines Beitrag gestern anknüpfen. Ich denke, dass ein offensives Auftreten und Sichtbarmachen unserer Inhalte und Perspektiven geboten ist. Wir müssen das, Jens sagte das, der Alternativlosigkeit herrschaftsförmiger Wissensproduktion entgegenzutreten. Und ich denke, das ist umso wichtiger angesichts des von Felix schon genannten scharfen Wind von rechts, der uns entgegenweht. In Kasmel probieren wir hier unterschiedliche Formate aus. Also wir versuchen eine übergreifende Ringvorlesung. Herr Kritt habe ich hier schon rumliegen sehen. Ich möchte alle aufrufen, verschiedene Einflugschneisen zu testen, aus unseren Ecken rauszukommen. Der zweite Punkt knüpft in gewisser Weise an Alex, erwähnende Totalität, heute Morgen an. In der Ecke DINIA hat sich eine Arbeitsteilung durchgesetzt, die zu unterschiedlichen, wo Leute in unterschiedlichen Feldern ihre eigenen Interessensgebiete verfolgen und da Theorieproduktion vorantreiben. Allerdings führt das zu einem Nebeneinander verschiedener, sich auf Marx beziehender oder auf ihn basierender Form von Gesellschaftskritik. Das Problem, das wir damit produzieren, ist eine teilrechtsunzusammenhängende Form der Pluralität, und zwar in dreifacher Hinsicht. Einerseits haben wir ein Nebeneinander von Ecke DINIA, von politischer Bewegung, von Zeitschriften und so weiter. Zweitens haben wir ein Nebeneinander der Theorieproduktion von Generationen, würde ich sagen. Also wir hören euch zu, aber wirklich ins Gespräch miteinander kommen, ist sehr schwierig. Und das dritte ist quasi das schon erwähnte Nebeneinander, beispielsweise marxistischer Staatstheorie, die weitgehend unverbunden neben ökonomietheoretischen Ansätzen oder einer an Marx anschließenden Beschäftigung mit Schlechterverhältnissen sieht. Genau, wir sehen, dass eine Teilintegration von postkolonialen Ansätzen, rassismuskritischen oder kapitalismuskritischen Ansätzen, feministischen Zugängen im internationalen Kontext sehr viel weiterentwickelt ist, als wir das hier in Deutschland sehen. Ich denke, wir brauchen, oder emanzipatorische Politik braucht einen theoretischen Unterbau und Narrative, in dem sich unterschiedliche, aber bündnisfähige Positionen und Interessen einschreiben können, mit dem Ziel, Subalternität zu überwinden. Das müssen wir aktiv produzieren. Wir müssen unsere Bezüge stärken, Verbindungslinien reflektieren, ganz bewusst Anstoßstellen und Bezüge für diese Integration schaffen. Und meine Wahrnehmung ist, dass das in jüngeren Generationen aktiver versucht wird, als das gerade der Fall ist. Die dritte Parallelität, das klang bei Felix schon an, ist so ein Auseinanderfallen von der Beschäftigung mit Marx im akademischen Raum und in den sozialen Bewegungen. Zwar beziehen wir uns immer wieder auf soziale Bewegungen, allerdings finden diese Kämpfe nur ganz begrenzt oder sehr stark gefiltert Eingang in unsere Theorieproduktion. Ich denke, dass hier mehr an Sensibilität, ein aktives Einbeziehen oder Beziehen auf soziale Kämpfe notwendig ist. Zum Schluss möchte ich eine Aufforderung in den Raum stellen. Wir haben jetzt bei 150 Jahre Marx letztes Jahr, bei 200 Jahren Marx dieses Jahr sehr viel spannende Dinge gehört. Wir haben unsere theoretischen Diskussionen vorangetrieben. Wir waren sehr sichtbar, würde ich sagen. Allerdings sollte das nicht das Ende sein und wir verschwinden jetzt wieder in unserer Versenkung. Ich würde das lieber als einen Auftakt für eine strategisch angegangene kollektive Offensive begreifen. Subjekt von Gesellschaftskritik und Veränderung kann nur ein kollektives sein. Und ich denke, wir müssen das Projekt herrschaftskritischer Gesellschaftstheorie, gesellschaftlicher Veränderung gemeinsam angehen. Lasst uns den Prozess als kollektiven vorantreiben. Ich habe eine Frage, die sich an alle richtet, aber vor allen Dingen glaube ich an Bettina, weil du es auch eben erwähnt hast, dass die Studierendenschaft sich ja wirklich verändert hat, die letzten zehn Jahre nochmal, aber die 30 Jahre davor eben auch, mehr weibliche, migrantische. Und wie nehmt ihr das wahr oder wie nehmen wir alle das wahr, was das für Organisierung, Politisierung bedeutet? Und eine Frage, die mich umtreibt, mit der ich aber nicht befasst habe, aber die mich umtreibt, weil ich das bei uns eben sehr deutlich sehen kann. Im Bachelor gibt es noch mehr, Visible Minorities würde man in Nordamerika sagen, im Bachelor weniger und dann quasi mit den Hierarchiestufen immer weniger. Also das, was wir für Gender zum Glück inzwischen statistisch gut aufbereitet haben, wo das Phänomene ähnlich ist, ist bei zumindest Visible Minorities mindestens genauso. Also das bezieht sich jetzt auf die Hochschulkarriere, aber das, glaube ich, wirkt auch Probleme auf in Bezug auf Organisierung, Politisierung. Okay, Herr, mag als erstes Antworten zu den Fragen? Danke für die Fragen. Vielleicht auch, wenn ich nicht direkt angesprochen wurde, erst was zu dem Streit der verschiedenen Positionen. Ich halte das für fundamental wichtig, diese Auseinandersetzung zu führen. Die Frage ist ganz häufig, in welchem Ton und mit welcher Stoßrichtung man das macht und ob man quasi sich, also ich glaube, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen oder ernsthaft bereit ist, anderen Positionen zuzuhören. Ich erlebe dadurch, dass weniger Schulbildung an vielen Orten stattfindet, dass sich eine jüngere Generation offener ist, quasi andere Strömungen des Marxismus einzubeziehen, andere Theorieansätze mit einzubeziehen, weil man nicht so ganz klar in der Frankfurter Schule oder in der neuen Marx-Sektüre oder so verortet ist. Also ich denke ja, dass man, genau, Streit führen, ja, die Frage ist, wie sozusagen. Dann wurde ich ganz konkret gefragt nach der Beschränkung der Kapitalkurse. Wir haben bei den Kapitalkursen gemerkt, dass sich, wenn die Gruppen sehr groß sind, so eine Art Uni-Bluff-Theorie-Macker und sehr stark vergeschlechtliches Redeverhalten durchsetzt. Also wenn wir jetzt sagen, wir würden alle Teilnehmenden aufnehmen, die sich bei uns anmelden, dann hätte ein Kurs mit einer Teamerin eine Kursstärke von 120 Leuten. Da kann man nicht ordentlich miteinander diskutieren. Und dadurch beschränken wir die Zugänge einerseits quasi aus diesen didaktischen Erwägungen heraus, auf der anderen Seite sind das einfach räumliche Kapazitäten der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Also wir wollten dieses Jahr gerne mehr Kurse anbieten, gerade weil so hohe Anmeldezahlen vorliegen. Und es gibt schlecht wie keine Möglichkeiten, das zu tun. Was wir versuchen zu unterstützen, ist dann die Einführung autonomer Lesekreise. Also wir versuchen, die Leute, die sich da anmelden, zusammenzutrommeln, zu sagen, hier ist der Leseplan, kommt doch bitte zu unseren Expertinnen-Sitzungen, das und das ist die Literatur, mit der wir arbeiten und so weiter. Also wir versuchen, dem quasi entgegenzuarbeiten. Das Verhältnis von außeruniversitärer Lehre und Universitätslehre. Man muss sagen, dass circa, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Kapitalkursteilnehmenden studentisches Klientel sind. Und das ist ein wahnsinniges Armutszeugnis für die Berliner Universitäten. Das heißt, deren Bedürfnis, sich mit Marx zu beschäftigen, wird an den Universitäten nicht befriedigt. Und dann kommen sie zur Rosa-Luxemburg-Stiftung und versuchen, das da abzugreifen. Ich teame außerdem Marx-Kurse für Politgruppen, Jugendgruppen und so weiter. Da gibt es ein wahnsinniges Bedürfnis, was an den Universitäten einfach nicht mehr befriedigt wird. Ob jetzt man als quasi außeruniversitäre Stiftung versuchen sollte, wie das auch der SDS macht, quasi diese Lücken der Beschäftigung mit Marx an den Universitäten zu füllen, oder ob man eher schaut, wie man Bündnisse schmiedet, das an den Universitäten stärker zu verankern, ist eine offenere Frage. Und dann war noch die Frage zu Organisierung und Politisierung. Wir erleben in Kassel, dass sich tatsächlich die Linien entlang derer sich Studierende organisieren, ein bisschen verschieben inhaltlich. Also wir haben dort einerseits sehr präsent Gender-Themen, auf der anderen Seite ist es recht auf Stadtthema. Also in Kassel gibt es gerade eine große Gentrifizierungswelle, sehr präsent. Dass sich das verschiebt, dass das aber nicht per se heißt, das ist schwieriger, sondern dass quasi neue Themen präsenter sind als vorher. Da kommt es vielleicht zum einen nochmal zu der Frage der Formate der Vermittlung. Ich finde, was man da auch nochmal ansprechen muss, ist halt schon, dass es da auch sehr große Unterschiede gibt, in der Art und Weise, wie linke und marxistische Inhalte auch an den Mann und an die Frau gebracht werden. Zum Beispiel in Deutschland im Verhältnis zum wiederum englischsprachigen Raum. Also sozusagen, das muss man jetzt nicht wieder nur Havi zitieren, aber es gibt ja auch viele andere linke, akademische Intellektuelle, die diese schlauen Bücher schreiben, die millionenfach verkauft werden. Und wo ich mir dann manchmal denke, naja, in Deutschland haben wir halt, und jetzt ein bisschen polemisch zugespitzt, zwölf Buchlerartikel zur Krise, vielleicht ein oder weniger, und dann dafür ein gutes Buch, das irgendwie massenkompatibel ist, hätte uns an gewissen Punkten auch geholfen, glaube ich. Also ich glaube, da muss man manchmal ein bisschen, also der deutschsprachige Raum neigt da, finde ich, manchmal dazu, eben sehr spezifisch, sehr kleinteilig, sehr detailliert hinzugucken, und manchmal müsste irgendwo her, und ich glaube, da gibt es ja viele Beispiele, jetzt nicht nur zum Thema Marxismus, sondern aus der feministischen Debatte und so weiter, wo dann so Bücher, die ein bisschen breiter geschrieben sind, auch tatsächlich stärker am politischen Impact haben können. Das würde ich einen Raum stellen, zur Frage der Geschlecht, Migration, Studis. Ich glaube, das ist ja nicht nur eine Frage mit Blick auf die Studierenden, sondern allgemein diese auch neuen Bewegungsformen, die es da gibt, stellen andere Herausforderungen an die Art und Weise, wie man dazu ein organischer Intellektueller sein kann. Also, was heißt MeToo für organische Intellektuelle, wie kann man das denken? Ich glaube, da kommen dann auch ganz andere Formen von Intellektualität in den Blick. Dann ist es eben vielleicht nicht so eine akademische Intellektualität, sondern dann sind es eben zum Beispiel Autorinnen, die dann eben wie Laurie Penny oder so, die da ein ganz anderes Spektrum erreichen und was man, glaube ich, sich viel auch abschauen kann in der Verbreiterung und in dem Zusammenspiel von Kämpfen und Wissensproduktion. Und ein dritter Punkt, weil Thomas du das direkt gefragt hattest, ich glaube überhaupt nicht, dass man das nur im Lokalen machen kann. Ich glaube nur, dass es sehr voraussetzungsvoll ist, wenn man das nicht, also ich glaube, es brauchen einerseits dieses Lokale und es wird immer schwieriger an den Momenten, wo die Leute tatsächlich von ihrer Lebensweise her sehr stark überpendeln, über sozusagen einen sehr stark auch internalisierten, individualistischen Zugang, sehr wenig eigentlich Kontakt aufnehmen mit dem, was vor Ort passiert. Und ich glaube, das ist schon eine Beobachtung, die ich zumindest für dieses, für den durchschnittlichen, kritischen Intellektuellen an der Uni zwischen 25 und 40 machen würde. Also, und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber dann wollen Leute sich organisieren, also ich bin der IEL organisiert, dann kommen Leute und sagen, sie würden gerne bei uns mitmachen und dann geht es aber gar nicht, weil die Personen nie länger als zwei Tage an dem Ort sind. Und dann ist es sozusagen, ja, lass uns mal auf Kaffee treffen, ja gar nicht so einfach, weil ich muss wieder nach Berlin. Und da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, über tatsächlich Organisierungsprozesse. Und ich glaube schon, dass es die Frage der Organisierung, und zwar egal in welcher Form, ob das das ISM ist, ob das die Partei ist, ob das irgendwelche links-radikalen Gruppen sind, die Gewerkschaften, whatever, schon die Zentrale ist, wenn man an der Frage sozusagen, wie diese Wissensvermittlung oder wie so ein Idealbild von organischer Intellektualität funktionieren kann. Das können sehr lose Formen der Organisierung sein, aber ich glaube, ohne diesen Austausch funktioniert das halt nicht. Und deshalb ist die Frage, wie man diese Links herstellt und diese organisierten Prozesse da in diesem Feld. Und ich glaube, da ist sozusagen das Überregionale natürlich möglich, aber auch das geht für einige und für andere nicht. Es geht besser, wenn man nach Berlin pendelt und dort in, sage ich mal, parteinahen Strukturen ist, als wenn man irgendwie von Stuttgart nach Frankfurt pendelt oder so. Also ich glaube, es ist nur einfach auf dem Schirm, haben Sie jetzt nicht der einzige Punkt. Aber ich glaube, da hat sich das verändert in der Lebensweise der Leute. Und ich glaube, das hat auch krasse Auswirkungen auf die Art und Weise, ob oder wie sie Politik machen können. Genau, vielleicht nur kurz zu der einen Frage mit, wie man jetzt Studierende vielleicht oder auch, du hast es auch geworfen, generell Menschen anders organisiert, wo quasi Gesellschaft auch anders zusammengesetzt ist. Also wir in der Organisation lösen das schon so, dass wir versuchen, auch autonome Räume zur Verfügung zu stellen, wo sich eben Menschen nochmal extra organisieren können, ohne jetzt die Organisation verlassen zu müssen, sondern da vielleicht auch Kritiken an der Organisation selber formulieren können, die wieder einbringen können. Und dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass die Stimmung so da ist, dass halt Kritik angenommen werden kann, ohne dass das gleich heißt, man geht auseinander. Das heißt aber auch, andere Aktionsformen zu akzeptieren, eben nicht nur das große Podium, sondern vielleicht auch mal eine Kleingruppendiskussion. Das finden wir immer sehr wichtig und eben auch bei den Themen, halt nicht immer nur klassische Themen zu nehmen, sondern auch da offen zu sein, Themen aufzunehmen, die eben auch an der Lebensrealität ansetzen und auch gefordert werden. Genau, und dann nochmal zu der Frage, machen die Studis eigentlich nur noch scheinrelevantes? Ich glaube, es ist ehrlich gesagt nicht so. Ich erlebe das anders, du hast es ja gerade schon beschrieben mit den Kursen bei der RLS, bei unseren Sommerakademie, die jetzt zwar eher intern sind, aber auch bei unseren externen Veranstaltungen, immer wenn da was mit Marx draufsteht oder Neomarxismus ist, das ist immer gut besucht. Also, und das ist so gar nicht scheinrelevant und das würde ich doch zumindest an vielen Studierenden diese Kritik vielleicht auch zurückweisen. Und genau, und wenn es passiert, dann ist es ja auch eben aus einem gewissen Zwang. Ja, ich will auch sehr ungern so verstanden werden, dass ich gegen eine kontroverse Debatte argumentiert habe. Selbstverständlich finde ich, man darf die Dependenztheorie kritisieren und man sollte sich fragen, sozusagen, an welchen Stellen kann sie uns heute noch was sagen oder was ist sozusagen so auch einfach nicht haltbar. Das ist eine völlig legitime Fragestellung. Ich war gestern leider in dem Parallelenpanel. Ich war schwer, mich zu entscheiden, ich wäre gerne zu beiden gegangen. Aber worum es mir geht, ich habe mich mal länger mit der Auseinandersetzung über irgendwie Kapitalismus, Feudalismus, wie terminiert man das eigentlich, damit auseinandergesetzt und da alte Sachen, zum Beispiel aus der New Left Preview gelesen. Und das wird da in einem Ton getan, sozusagen, wo gesagt wird, die haben überhaupt nichts von Marx Werk und dem Kapitalismus und was das eigentlich ist, verstanden, wo ich sagen muss, nee, man sollte zunächst erstmal überlegen, was für eine Art von Fragestellung haben sie sich eigentlich gestellt, warum machen sie das. Und dann finde ich, sollte man schon auch immer versuchen, sich an den besten theoretischen Ausführungen in einer bestimmten Debatte und nicht den leichtesten Gegnern abzuarbeiten. Und auch das habe ich in dieser alten Debatte viel gefunden. Ich glaube, so eine Wahrnehmung, warum werden eigentlich bestimmte Fragen gestellt und stehen im Vordergrund, da bräuchten wir eine größere Sensibilität, weil das häufig auch Missverständnisse produziert. Das sehe ich jetzt teilweise sogar auch wieder in der Debatte um die AfD, um die imperiale Lebensweise, wo ich das Gefühl habe, da reden Leute aneinander auch vorbei, weil sie nicht zur Kenntnis genommen haben, was war eigentlich die Grundfrage und die Intention und kann vielleicht so ein Konzept auch nicht alles gleichzeitig leisten und erklären. Genau, ich glaube, da sollten wir einfach weiterkommen. Das heißt aber nicht, man soll nicht mehr diskutieren und man soll keine Debatten mehr führen, selbstverständlich. Selbstverständlich, das ist total wichtig. Zu dieser anderen Frage, wie verändert sich Studierendenschaft und wie gehen wir damit um? Vielleicht erst mal aus der Perspektive der Lehrenden, glaube ich, sollten wir uns davon verabschieden, beispielsweise immer über die Lehramtsstudies zu schimpfen. Das habe ich schon so häufig gehört. Oder Leute, die das nur im Nebenfach machen. Das ist so eine Haltung, zu glauben, dass nur die Leute mit einem hohen theoretischen Potenzial es wert sind, von uns gefördert zu werden. Die finde ich richtig elitär und ich finde, damit müssen wir brechen. Wir müssen Lehre machen, die für viele Leute kritische Denkanstöße gibt und nicht für die, die schon ganz viel gelesen haben, sozusagen nur deren Bedürfnisse im Blick hat. Und das ärgert mich und das ärgert mich auch in linken und marxistischen Kreisen immer wieder, wie sozusagen abschätzig über die Studierenden gesprochen wird. Und das heißt ganz konkret als Lehrende, meiner Meinung nach, auch andere didaktische Formate auszuprobieren. Ich habe mir da viele Anregungen aus dem globalen Lernen als Konzept geholt. Das heißt nicht, man soll keine Texte mehr lesen. Aber die Art, wie man über diese Texte diskutiert, da finde ich, gibt es interessante didaktische Elemente, die man einbauen kann. Und ich würde auch sagen, also innerhalb der AKG hatten wir mal so eine Gruppe zu kritischer Lehre und haben uns da ausgetauscht, was sind da gute Formate. Ich glaube, da ist auch noch viel Potenzial und viel Luft nach oben, um Inhalte verständlicher zu vermitteln. Natürlich geht es manchmal ein bisschen auf Kosten des Komplexitätsgrades, aber den kann man ja dann nachlegen. So, dafür halt mehr Leute mitnehmen. Und ich glaube, was die konkrete Organisation von Studierenden anbelangt, sehe ich, dass es häufig eher klassische Formen sind. Es gibt immer wieder Studiestrechts, es gibt immer wieder Besetzungen. Und selbstverständlich sollten wir den sehr offenigen übertreten. Und auch da immer, wenn dann ein alternatives Lehrangebot gefordert wird, darauf eingehen und auch mal fragen, was wünscht ihr euch eigentlich von uns? Was für Themen, was für Inhalte wollt ihr stärker da drin haben? Denn es gibt Spielräume, eigene Sachen zu platzieren. Ich würde mich mit vielen, was Felix gesagt hat, anschließen. Ich habe auch das Gefühl, wir malen manchmal die Perspektiven viel zu negativ. Es gibt gerade da, wo ich jetzt bin, in Jena, echt ganz schön viele Spielräume. Es gibt ganz schön viele Linke da an der Uni. Es gibt total spannende Debatten und es gibt total interessierte Studierende. Und immer nur eine Untergangserzählung bringt uns überhaupt nicht weiter. Diese Untergangserzählung gab es in den 2000er schon, wo ich in Marburg studiert habe. Das war so die Abwicklung des Marxismus und ich muss sagen, es ist anders gekommen und das ist auch gut so. Das ist nur eine ganz, ganz kleine Anmerkung zu dem Felix. Der Felix hat nämlich darauf hingewiesen, auf die vielen, vielen Anfragen, die ihn bzw. das Institut erreichen, sogar auch von der FHZ. Und dazu ist mir etwas eingefallen, was vor, glaube ich, mehr als 20 Jahren sich in Frankfurt zugetragen hat. Da war der häufig genannte David Habe in Frankfurt. Und David Habe war bei der Veranstaltung damals darauf hingewiesen, dass er einen Vortrag in New York vor Vertretern der Wirtschaft und der Wall Street gehalten hat und da auch Marx zitiert hat. Und da hätten dann diese Vertreter gesagt, Mensch, diese Jungs sind prima, ladet doch mal den Karl und Friedrich an. Und jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, spricht aus so etwas, dass Vertreter des Kapitals sagen, ladet diese beiden Jungs mal ein oder die FHZ den Felix einlädt, einfach eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse, oder es ist nicht einfach das Gegenteil, dass man sagt, es ist so ein gewisses, tja, ein Interesse an dem exotisch aufrührerischen und dahinter eine ungeheure Position der Sicherheit steht, dass man sagt, so etwas kann man sich auch leisten. Vielen Dank, ich werde mal antworten. Ich lasse mal. Ich sage vielleicht zwei Sachen. Zum einen, oder fange ich hier an, ja, das ist es sicher auch, also gerade über den FHZ würde ich total d'accord gehen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es an einzelnen Fragen, an denen sich gesellschaftliche Widersprüche aktuell zuspitzen, ein tatsächliches, reales Interesse, und das muss man jetzt nicht an einzelnen Zeitungen festmachen, aber ein reales Interesse an nicht nur kritischen, sondern radikalen Antworten gibt, gerade weil, und das hatten wir ja gestern, ganz viele klassische Organe der Ideologieproduktion im weitesten Sinne nicht mehr als besonders glaubwürdig eingeschätzt werden. Also die Deutungen, die teilweise von Parteien kommen und so weiter, sind nicht per se, irgendwie werden nicht per se für richtig gehalten, und es gibt ein Unbehagen an gewissen Fragen, da würde ich die Wohnungsfrage als ein Beispiel nehmen, aber das kann man sicherlich genauso an der Frage von Geschlecht, das kann man genauso, oder im Verkehrbereich, man kann genauso über das europäische Grenzregime sprechen, wo, glaube ich, tatsächlich reale Spielräume für diskursive Interventionen bestehen. Und wo man das sieht, dass sozusagen das Sterben im Mittelmeer, der Krieg in Afrin, gibt es ein reales Interesse breiter Bevölkerungsschichten und auch gewisser Medienleute, tatsächlich sich relativ radikale Positionen anzuhören. Die müssen nicht notwendig aus der Wissenschaft kommen, die können auch von Medico International kommen, oder wo auch immer her, aber da gibt es Spielräume, und ich glaube, die muss man nutzen, und auf die muss man auch strategisch hin orientieren, ohne sich Illusionen zu machen. Da wäre ich bei dir, und natürlich ist manches davon auch einfach, naja, wir waren im Plural, und dann hören wir uns die komischen kritischen Leute auch noch an, so, klar. Aber ich glaube schon, dass es da an Punkten darum geht, auch genauer hinzugucken und sich besser zu überlegen, und das ist dann vielleicht auch der Punkt von Alex. Also natürlich sind die Produktionsbedingungen dieses Wissens sehr unterschiedlich. Ich glaube trotzdem, dass es manchmal, jetzt bezogen nicht auf große Intellektuelle, sondern eher sozusagen junge WissenschaftlerInnen, manchmal individuelle Entscheidungen sind, also schreibe ich, und das gilt dann aber irgendwann auch für Profs, finde ich, schreibe ich jetzt noch das vierte Paper, oder lasse ich es einfach, und gehe zu dem Treffen der Lokalen, und jetzt kann man einführen, was man will, Attac oder irgendwas Gruppe, oder sage ich hier, ich verzichte auf den und den Antrag, und versuche mir frei zu boxen, vielleicht ja auch mit Hilfe von entsprechenden Institutionen, dass ich dieses eine Buch mal schreiben kann. Und da sind natürlich ungleiche Kämpfe, aber wenn ich höre, über einen Bekannten, der bei Münkler promoviert, und jetzt, klar, das ist eine andere Liga, aber der überlegt sich halt fünf Jahre im Voraus, was sind die Jahreszahlen, was sind die Jubiläen, und dann orientiere ich daraufhin mein Buch. Und Thor hat es ja gestern auch einführend für mich total gut gesagt, auf diese ganzen Interventionen, die ausbleiben. Also es gibt, man weiß zehn Jahre vorher, dass es die 1917-Jahrestag geben wird, und ich frage mich manchmal, warum, also mit dem Vorlauf, warum gibt es denn dann nicht das Buch von links, und dann ist das alles schwierige, dann wird das die FAZ vielleicht nicht abdrucken, die Rezension und so, also will ich gar nicht negieren, diese Widersprüchlichkeiten, aber ich glaube, manchmal kann man von der Rechten lernen, dass sie strategischer, auch sozusagen auf sich bietende Lücken hin orientiert. Und ich glaube, man kann das auch lernen, nicht nur von der Rechten, sondern eben auch teilweise von Intellektuellen aus dem englischsprachigen Raum. Und ich glaube, man kann auch sehen, dass sich das insofern lohnt, als es tatsächlich eine breite Wirksamkeit hat, von der wir mit unserer Not träumen können in Deutschland. Ja, zur Kuba-Frage würde ich tatsächlich gern was sagen. Ich habe nämlich, war in Nicaragua länger im Rahmen eines Forschungsaufgaben, und hatte dann die tolle Möglichkeit, gemeinsam mit dem Infobüro Nicaragua, nach allen Solidaritätszusammenhang, die sehr, sehr lange schon Kontakte nach Nicaragua haben und jetzt so eine Bildungsreise gemacht haben, nach Kuba und Nicaragua, um sich mit dem Landwirtschaftssektor in beiden Ländern und den Entwicklungen dort, den Kooperativen auseinanderzusetzen. Ich fand das super, da mitfahren zu können, weil ich lange schon mal nach Kuba wollte, mir nie vorstellen konnte, als Touristin da hinzufahren. Und in so einem Zusammenhang, der sagt, uns geht es um Austausch, um solidarische Debatten und die Frage, was können wir eigentlich von Kuba lernen, gerade auch für ein Landwirtschaftsmodell. Wir haben darüber ein Buch gemacht, das vom Infobüro Nicaragua rausgegeben ist, das heißt, Durum oder Gemüse, und da stehen unheimlich viele, auch sehr widersprüchliche Eindrücke drinnen. Was an Kuba für mich total toll war, war zu sehen, da gibt es keine Werbung, da gibt es sehr wenig Unsicherheit und Alltagskriminalität, da gibt es weniger Alltagsrassismus als in Gesellschaften, wo ich zuvor war, in Mittelamerika. Ich glaube, das ist die Vergleichsfläche. Man kann es natürlich nicht mit dem Lebensstandard in Europa oder den USA vergleichen. Es gibt aber in Kuba unglaublich widersprüchliche Entwicklung. Es gibt eine Zunahme sozialer Ungleichheit, auch dort. Man hat die absurde Situation, dass alle, die nur im staatlichen Sektor arbeiten, an Universitäten arbeiten, davon überhaupt nicht leben können, so sehr, sehr niedrige Löhne bekommen. Es gibt eine Migration aus Kuba raus, logischerweise, die wird auch immer stärker. Auch viele der Leute, mit denen wir da gesprochen haben, sind mittlerweile nicht mehr da. Was aber tatsächlich interessant ist, ist eine Politik, die die im Landwirtschaftsbereich machen, die zum einen sagt, wir geben keine Möglichkeit, Privatland zu erwerben. Land bleibt in staatlicher Hand. Wir geben das aber an Neubäuerinnen, also an Leute, die Lust haben, Landwirtschaft zu machen. Und wir verpachten das zunächst, sozusagen, und zwar ohne, dass die was dafür zahlen. Und die einzige Bedingung, damit es dann immer wieder verhalten wird, ist, die müssen dieses Land nutzen und produktiv machen und damit was anfangen. Das ist, hört sich banal an, ist aber gar nicht so einfach, wenn man irgendwie ganz wenig Saatgut zur Verfügung hat, wenn man wenig technische Mittel zur Verfügung hat und ganz erhebliche Teile scheitern. Kuba hat das Problem, dass es stark von Nahrungsmittelimporten abhängig ist und sozusagen so eine Orientierung auf eine stärkere Nahrungsmittelproduktion wäre total sinnvoll. Die haben halt historisch sich entschieden, Zucker zu produzieren, was innerhalb der der so wirtischen Arbeitsteilung vielleicht sinnvoll war, aber was sie sozusagen brutal zurückgeworden hat. So, was sieht man da heute? Man sieht unheimlich viele Leute, die aus Mangel, so und da gab es eine Wahnsinnskrise Anfang der 90er und aus diesem Mangel heraus neue Methoden agrarökologischer Produktion entwickelt haben, die an vielen Stellen über das hinausgehen, was wir im agrarökologischen Segment zum Beispiel kennen. Also ohne das zu romantisieren, aber es gibt da sozusagen eine Menge interessanter Elemente, auch was das Gesundheitssystem anbelangt. Ich glaube aber nicht, dass wir uns einen Gefallen tun, das zu glorifizieren und zu sagen, da hat der Sozialismus gesiegt und da läuft alles super, da gibt es eine Menge verdammt widersprüchlicher Entwicklungen, aber das sich genauer anzugucken, ist tatsächlich hochinteressant. Ob man da jetzt mit vielen, vielen Studis hinfährt, ob das eigentlich so sinnvoll ist und was das dann auch für Begegnungen produziert, weiß ich nicht, aber ich fand es sehr, sehr interessant, da auch was oder da viel zu lernen. Danke. Nur noch ein Mini-Nachtrag, weil ich es naheliegendste vergessen habe, zu meinem Schritt zurück, zu meinem Argument vorhin. Also das beste Beispiel, Uli und Markus wissen über ihre Lebensweise und lesen nicht. Ich finde, das sind genau solche Bücher, von denen wir mehr bräuchten, weil sie viel breiter noch mal ein linkes, wie sie ein kritisches Argument machen. Und ich glaube, die Aufmerksamkeit, die das gerade kriegt, zeigt ja auch, dass da was dran ist. Ich wurde von Alex gefragt. Natürlich kann das keine Einbahnstraße sein. Ich denke bloß manchmal, dass unsere Fähigkeit oder sagen wir, unser Sendungsbewusstsein stärker ausgeprägt ist, als unsere Fähigkeit zuzuhören. Und wir sehen, dass viele, sowohl politisch als auch theoretisch, wichtige Impulse aus sozialen Bewegungen ausgehen, die wir dann mit sehr großen zeitlichen Verzögerungen und halt sehr stark gefiltert in unsere Arbeiten aufnehmen. Und ich denke, dass genau dieses Bewusstsein für die Wechselseitigkeit der gegenseitigen Beeinflussung das ist, was manchmal stärker ausgeprägt sein könnte und dass wir dann auch vielleicht mit unserem Sendungsbewusstsein auf offenere Ohren stoßen würden. Ein zweiter Aspekt, ich wurde nicht direkt gefragt, aber auf die Arbeitsbedingungen, die du angesprochen hattest, würde ich gerne kurz zu sprechen kommen. Ich beobachte, dass im linksakademischen Kontext der Kampf mit der Prekarität, der Schlechtbezahlung, mit ständigen Wechseln der Orte und so weiter, etwas ist, mit dem sehr individualisiert umgegangen wird. Und ich denke, hier können wir was aus politischen Bewegungen lernen, wie wir uns gegenseitig, wechselseitig, besser unterstützen, den Rückenfreiheiten, Spielräume eröffnen können. Ich komme vom Otto-Sur-Institut in Berlin, Politikwissenschaft, und dort wurde finanziell die Gender-Professur abgesägt. Und es gab einen, Professor Grottian, der gesagt hat, gut, ich stifte mein halbes Gehalt, damit diese Professur auch weiter erhalten kann. Ob das jetzt der gute Weg ist, eine Universität für bestimmte Inhalte unterzubringen, kann man sich überstreiten. Aber quasi dieses, wir ziehen an einem Strang und haben ein gemeinsames Projekt und unterstützen uns gegenseitig dabei, das voranzubringen, das ist was, was ich im Hinblick auf Arbeitsbedingungen ausbaufähig in unseren Nischenfällen nach. Dann wäre die Frage, gibt es weitere Fragen? Meine Frage ist, inwiefern ihr denkt, dass man sich mit den Rechten, neuen Rechten auseinandersetzen müsste, anstatt die linke Ideologie weiter zu vereinern und zu verbessern, sich auch mit Götz Kupicek und den rechten organischen Intellektuellen wirklich auseinandersetzen, um die versucht zu dekonstruieren, weil das vielleicht ähnlich sinnvoll wäre, strategisch. Also vielleicht zu diesem Punkt, Auseinandersetzung mit der neuen Rechten. Ich halte das für ziemlich wichtig, dass das gemacht wird, weil ich tatsächlich eine starke Verschiebung auch des öffentlichen Diskurses wahrnehme. Das geht bei Telcam bloß und wieder sozusagen mittlerweile in Folgetur rezipiert wird. Es geht aber über ganz viele Aufrufe, wo ich im Moment auch jetzt Intellektuelle drunter sehe, auch Profs drunter, die da unterschrieben haben, wo ich es nicht gedacht hätte. Also ich glaube, da verschiebt sich gerade was und ich glaube, es ist extrem wichtig, da das scharf zu kritisieren und das im Auge zu behalten. Und auch immer wieder so eine Art von, also so eine Diskursfigur, die es dauernd gibt, und zwar im Bereich Betriebsräte, im Bereich Uni und sozusagen nämlich auch Meinungsfreiheit. Dass vermeintlich die Leute, die rechte Positionen vertreten, ihre Positionen nicht äußern dürfen, weil es so eine linke Meinungshegemonie gäbe. Erstens sehe ich das nicht, die können die dauernd in irgendwelchen Talkshows, Artikeln und so weiter äußern und die müssen damit leben, dass es darauf einen scharfen Widerspruch gibt und den müssen wir weiter aufrechterhalten und dürfen uns nicht einschüchtern lassen davon, dass da irgendwie Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, sondern da würde ich sagen, Verschützmus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen und dann muss man immer wieder sozusagen was zurückdrängen. Das halte ich für sehr wichtig. Ich halte es trotzdem nicht für sinnvoll, wenn wir jetzt alle unsere Aktivitäten nur noch darauf zuspitzen, sondern wir müssen das im Auge haben und wir müssen uns gegenseitig solidarisch unterstützen. Ich glaube, da, wo die Angriffe gerade schon am stärksten sind, ist in der Frauen- und Geschlechterforschung. Die haben in den letzten Jahren sozusagen Anfeindungen, Kampagnen gegen einzelne Personen in einer Weise erlebt, die also bis hin zu Vergewaltigungsdrohungen, also die massiv per E-Mail eingingen. Da sind einzelne Leute sehr, sehr persönlich gezeichnet daraus hervorgegangen. Ich glaube, es muss kollektiv im Moment sich erstens in Solidarität mit den betroffenen Personen, aber auch sollten sich die Institute sehr stark für Frauen- und Geschlechterforschung einsetzen, weil das ist mit das Erste, was die AfD versuchen wird, abzuwickeln, neben, also neben anderen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir uns da gegenseitig unterstützen, dass wir das im Blick haben. Eine Bemerkung, die Tagung hat sich stark angeschaut, wie ist die Rezeption von Markts in Hessen und immer wieder wurden da die Unterschiede zwischen Marburg und Frankfurt herausgearbeitet. Nun bin ich selbst Marburgerin insofern, als dass ich in Marburg in den 2000er Jahren studiert habe. Es wurde auch erwähnt gestern, dass sich im Laufe der Zeit diese Unterschiede auch ein bisschen eingeebnet haben. Ich würde das aus meiner persönlichen Erfahrung gerne noch mal unterstreichen. Also nicht alle, die in Marburg studiert haben, haben so einen klassischen Arbeiter-Marxismus entwickelt. Es ist auch so, dass wenn man irgendwo studiert, dass man sich kritisch auseinandersetzt mit dem, was Trotz und Lehrende an der Vermittlung sich eigene Gedanken macht. politische Sozialisation findet auch in politischen Gruppen im AStA in Kämpfen mit Erfahrungen statt. Also insofern, es gibt auch Leute aus Marburg, die eine starke Bewegungsorientierung haben. Und natürlich haben wir in Marburg auch immer Frankfurter und Texte gelesen. Und natürlich haben wir in Marburg auch Texte aus Berlin gelesen. Und ich glaube, so in unserer Generation, das wurde auch schon von Jenny gesagt, gibt es eine viel stärkere Vernetzung. Und ja, man kann, oder sollte die Marburger und die Frankfurter Schule sozusagen herausarbeiten. Trotzdem, glaube ich, sind wir, und das ist auch ganz gut, heute nicht mehr in einer Freundstellung, sondern das ist auch ein Vorteil von Mobilität, dass wir die verschiedenen Stränge wahrnehmen und dass es eine breitere Vernetzung und untereinander Verständigung gibt. Ja, ich finde die Frage sehr gut, ob man sich jetzt irgendwie mit der Ideologie der neuen Rechten auseinandersetzen muss. Ich kann mich dem vorigen Sachen von dir nur anschließen. Ich denke auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dass man sich ignorieren kann, dass es vor allem für unsere Strategie wichtig ist. Also wie reagieren wir auf sie? Was machen wir überhaupt? Denke aber auch, hast du auch schon gesagt, dass es nicht reicht, sondern wir müssen natürlich unsere liebenden Theorien weiterentwickeln. Wir müssen natürlich Menschen organisieren, versuchen irgendwie, die Klassenbewusstsein herzustellen, weil sonst passiert irgendwie das, was Björn Höcke irgendwie auch neulich gesagt hat. Er hat gesagt, ja, wir haben jetzt so eine polit-historische Situation, also da kann die AfD und die neuen Rechten, die können nur noch an sich selber scheitern. Und genau, das denke ich halt eben nicht, weil die scheitern Männern an uns und deswegen brauchen wir halt auch diese eigenen Theorien und können uns nicht nur quasi daran abarbeiten. dann die Frage, was macht man mit den hochmotivierten Leuten, die ganz am Anfang motiviert sind, zu so einem Lesekreis gehen? Ich kann da jetzt nicht für die RLS-Lesekreise sprechen, aber für die vom SDS, die wir organisieren. Und da ist es irgendwie ganz wichtig, dann danach ein Angebot zu machen. Also wie geht es denn jetzt weiter mit Marx? Also jetzt habe ich das gelesen und habe vielleicht eine Unzufriedenheit, um da eben Angebote zu machen. Und ich glaube, da ist die Motivation auch groß. Ich habe eine Freundin, die bietet so Seminare für Gewerkschaften an und da lesen sie sich auch das Kapital durch und da war ein junger Mann, der ist fast vom Stuhl gefallen, als ihm klar geworden ist, wie entsteht eigentlich der Mehrwert. Und er war einfach unglaublich sauer so auf seiner Arbeitsstelle und ihm ist das dann also wirklich schuppen von den Augen gefallen. Und ich glaube, diese Empörung oder diese Wut dann zu organisieren, genau, ist gar nicht so einfach, aber genau, Angebote machen. Ich will auch noch mal kurz was zur neuen Rechten sagen und würde da euch total zustimmen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass eine Strategie, die wir auf keinen Fall verfolgen sollten, ist mit Ihnen reden. Und die Frage, also ich glaube, was wichtig ist, ist sozusagen einerseits zu analysieren, zu dekonstruieren und gleichzeitig aber sich schon nochmal bewusst zu machen, was die für ein strategisches Projekt haben. Und ich glaube, das ist halt eines, das auf Jahrzehnte angelegt ist und systematisch sozusagen die Transformation dieser Gesellschaft vor Augen hat. Und ich glaube, in dem Maße, wie die jetzt mit ihrer Stiftung und mit ihren Stellen einfach Ressourcen mobilisieren können, werden die nicht mehr nicht weggehen, sondern die werden uns das Leben an ganz, ganz vielen Orten immer schwieriger machen. Und wie du richtig gesagt hast, an gewissen Orten gibt es diese Erfahrungen schon. Wir kennen es jetzt aus Frankfurt hier, dass plötzlich irgendwelche Journalisten anfangen, sozusagen in den NGOs zu stöbern und zu gucken, wo die Leute arbeiten und was sie vorher gemacht haben und das dann öffentlich zu machen und so. Also das läuft alles schon, aber ich glaube auch, vor allem an diesen Fragen der Geschlechterforschung und das Gender-Thema, ist es dann auch ein ihrer Hauptziele. Und ich glaube, nochmal auf deine Frage hin, sozusagen, wie man damit umgehen soll, im Konkreten, ich glaube, bezogen auf die Universitäten, aber auch darüber hinaus, Bekenntnis schützt vor Denunziationen. Also in dem Moment, wo Leute offensiv und selbstbewusst mit dem nach außen gehen, wer sie sind, was sie denken, dass sie Linke sind, und dass sie im Zweifelsfall Kommunistinnen sind, gibt man der Gegenseite deutlich weniger Chancen, das sozusagen rauszufinden und das dann gegen die Leute zu wenden. Und ich glaube, die Herausforderung besteht darin, dass man die Leute den Rücken stärkt, das so zu tun, im Zweifelsfall auf diese Auseinandersetzung einzugehen. Auf der politischen Ebene gibt es die ja schon, also wenn man zum Beispiel über die Linkspartei spricht, dann sind die ja schon gewohnt, dass es irgendwie dann tausend Anfragen zu ihren Mitarbeiterinnen gibt und dass dann irgendwie versucht wird, die Leute davon abzuhalten, Mitarbeiterinnen zu werden. Aber ich glaube, dass es auch in den Unis notwendig ist und in allen anderen Bereichen der sozusagen Wissensproduktion oder was du jetzt gesagt hast mit Internet oder so. Und ich glaube, dass wir da, und das ist vor allem was, was ich sagen würde, was eher die jüngere Generation betrifft, was dann Herausforderung ist, und damit will ich jetzt nicht diese ganze Präkarisierungsgeschichte und so irgendwie kleinreden, aber ich glaube, 30 Jahre, 40 Jahre die Liberalisierung hat dazu geführt, dass die Leute eh schon die ganze Zeit Angst haben. Alle haben Angst, alle haben Angst vor Arbeitslosigkeit, alle haben Angst vor Präkarisierung, deshalb machen sie lieber noch ein Praktikum und deshalb machen sie lieber noch hier und da noch ein Paper und ich glaube, diese Angst wird auch in der Auseinandersetzung mit den Rechten zum Problem. Weil es sich da fortsetzt und weil die Leute dann Angst haben, oh, jetzt verliere ich meinen Job bei der NGO, jetzt verliere ich meinen Job an der Uni, jetzt kann ich vielleicht doch nicht Professor werden, weil das Landesamt für Verfassungsschutz weiß, dass ich irgendwie eigentlich früher mal und so weiter und so fort oder dass ich ein Verfahren hatte und so weiter. Und ich glaube, da an dem Punkt anzusetzen, den Leuten Rücken zu stärken, aber auch einen kollektiven Prozess zu organisieren, in dem man diese Angst überwindet und den Schritt für sich selbst, aber auch mit anderen macht. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Herausforderung und da hilft es nichts zu sagen, ja, diese Angst stellt euch nicht so an, aber da hilft es auch nicht zu sagen, oh, es ist alles so schlimm und wir ziehen uns zurück, schüttelte Informationen, sondern offensiv nach vorne und gemeinsam. Zum Umgang mit der Neuen Rechten würde ich mich den hier Gesagten anschließen und mich deshalb auf die Frage zu den Kapitalkursen beschränken. Wir haben unterschiedliche Formate oder ich teame unterschiedliche Formate. Bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung dauern die etwa neun Monate mit einer längeren Sommerpause. Ich unterrichte das jetzt in Kassel über ein Semester, wobei da einige Textteile rausgefallen sind und dann sitze ich gemeinsam mit anderen Leuten an der Entwicklung unterschiedlicher Formate, die reichen von einem 4-Stunden-Einstiegs-Workshops über zwei Tagesformate, die Leute quasi niedrigschwelligen Zugang ermöglichen sollen, um dann Interesse zu haben, sich damit weiter zu beschäftigen. Also wir haben damit Erfahrung gemacht, dass es hilft, Leute schrittweise auf den Geschmack zu bringen sozusagen. Was ich denke, was sehr wichtig ist, um Leute dabei zu halten, das stimmt, dass auch bei uns in den Kapitalkursen die Gruppe im Laufe der Zeit schrumpft, dass eine Auseinandersetzung mit der Didaktik und wen unterrichte ich da sehr wichtig ist. Also wir haben es einerseits getrunken mit einem sehr großen Spannbreit von Leuten, die das mal gehört haben, aber weder Sozialwissenschaftlerinnen sind noch eine derart abstrakte Arbeit an Texten gewohnt sind sozusagen, bis hin zu Leuten, die sehr fundiertes theoretisches Vorwissen haben und das jetzt nochmal vertiefen wollen oder so. Damit einen aktiven Umgang zu finden, ist sehr wichtig. Leuten, die quasi das erste Mal in Berührung damit kommen, Mut zu machen, an diesen ersten Kapiteln nicht zu verzweifeln, Leute zu stärken, sich damit auseinanderzusetzen. Ich sagte das vorhin schon, diese sehr stark vergeschlechtigte Diskussionskultur, die wir generell aus Theoriekontexten, aber vor allen Dingen im Bereich der Ökonomiekritik kennen, damit einen aktiven Umgang zu finden. Also bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin ein Team beispielsweise ausschließlich Frauenkapitalkurse. Also das sind Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, weil sonst soziale Dynamiken in den Kursen loslaufen, die Leute abschrecken und dann das sehr schnell verlassen. Nichtsdestotrotz muss man sich, glaube ich, damit abfinden, dass für viele Leute eine Beschäftigung mit dem Kapital ein ganz schöner Brocken ist und man vielleicht im Laufe der Zeit feststellt, dass der Zugang ist doch nicht so meins, weil ich habe Schwierigkeiten, mich da auseinanderzusetzen mit. Da arbeiten wir halt mit diesen kleineren Formaten gegen, aber ich würde immer dafür zu votieren, das zu versuchen, verschiedene Dinge auszutesten und sich quasi der Herausforderung im Klaren zu sein, damit einen aktiven Umgang zu finden. Okay, vielen Dank. Ich glaube, damit neigt sich unsere Veranstaltung so ganz langsam die Hände. Und ich würde jetzt noch mal den Referenten die Möglichkeit geben, wenn es noch was ganz Beringendes gibt, zu unseren drei Fragen und zur Zukunft zu sagen, noch mal das Wort zu geben. Haben wir das vergessen? Sollte das nicht der Fall sein, dann rennen Sie noch nicht ganz weg, sondern ich würde zuallererst noch mal danken, dem Podium und auch den Mitdiskutanten für diese gelungene Session. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.